Hallo liebe Schüler, heute erkläre ich euch das Erweitern und Kürzen von Brüchen. Hier habe ich ein Stück Pizza, genauer genommen eine halbe Pizza. Die Pizza wurde nämlich in zwei gleich große Teile geteilt, das ist mein Nenner. Und einen Teil davon benutze ich, das ist mein Zähler. Jetzt ist mir die Pizza zu groß zum Essen, also unterteile ich sie nochmal. Mein neuer Nenner ist jetzt vier gleich große Teile, das ist mein Nenner. Zwei davon benutze ich, ein, zwei, das ist mein Zähler, also zwei Viertel. Die Pizza ist aber die gleiche geblieben. Wie komme ich nun von ein Halb auf zwei Viertel? Indem ich den Zähler mit zwei multipliziere, einmal zwei ist zwei und den Nenner auch mit zwei multipliziere, zweimal zwei ist vier. Den Vorgang nennt man Erweitern oder Verfeinerung. Wir haben also aus einem großen Stück kleinere, feinere Stücke gemacht. Schauen wir uns den Merksatz an. Man erweitert einen Bruch, indem man den Zähler und den Nenner des Bruches mit der gleichen Zahl, dem sogenannten Erweiterungsfaktor, ungleich null multipliziert. Es ist also wichtig, dass man den Zähler und den Nenner mit der gleichen Zahl multipliziert. Und diese Zahl darf nicht null sein. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt an. Ein Halb mit null erweitert, einmal null ergibt null und zweimal null ergibt auch null. Jetzt habe ich null geteilt durch null dort stehen. Aber man darf nicht durch null dividieren. Daher darf ich nicht mit null erweitern. Schauen wir uns folgendes Beispiel an. Meine Schwester hat ein Viertelstück Pizza und ich habe ein Viertelstück Pizza. Zusammen haben wir zwei Viertelstücke Pizza. Denn die ursprüngliche Pizza wurde in 1, 2, 3, 4 Teile unterteilt. Das ist mein Nenner. Und zwei Teile davon haben wir zusammen. Das ist der Zähler. Zusammen haben wir eigentlich eine halbe Pizza. Denn die ursprüngliche Pizza wurde in zwei Teile unterteilt. Das ist der Nenner. Ein Teil davon haben wir gemeinsam. Das ist der Zähler. Die komme ich jetzt von zwei Viertel auf ein Halb, indem ich folgendes rechne. Zähler durch zwei Teilen 2 durch 2 ergibt 1 und der Nenner auch durch zwei Teilen 4 geteilt durch 2 ergibt 2. Den Vorgang nennt man Kürzen oder Vergröberung. Wir haben also aus kleineren Stücken größere, gröbere Stücke gemacht. Schauen wir uns den Merksatz an. Man kürzt einen Bruch, indem man den Zähler und den Nenner des Bruches durch die gleiche Zahl, den sogenannten Kürzungsfaktor, ungleich 0 dividiert. Wichtig dabei wieder, Zähler und Nenner durch die gleiche Zahl teilen. Und diese Zahl darf nicht 0 sein. Warum das so ist, schauen wir uns nun an. Wenn ich zum Beispiel 1 halb durch 0 kürzen würde, 1 geteilt durch 0 und 2 geteilt durch 0 ist nicht definiert. Nicht erlaubt. Obacht, durch Erweitern oder Kürzen ändert sich der Wert eines Bruches nicht. Meine halbe Pizza von vorhin war genauso groß wie meine 2 Viertelspizzen von vorhin, weil es ja ein und dieselbe Pizza war. Schauen wir uns Beispiele an. Beispiel a. Erweitere 3 Viertel mit 6. Muss also Zähler und Nenner mal 6 rechnen. 3 mal 6 ist 18, 4 mal 6 ist 24. Beispiel b. Kürze 21, 28 mit 7. Muss also Zähler und Nenner durch 7 teilen. 21 geteilt durch 7 ist 3. 28 geteilt durch 7 ist 4. Beispiel c. Erweitere und gib den Erweiterungsfaktor an. 5 Achtel wird zu irgendwas 32 erweitert. Jetzt muss ich schauen. 8 mal welche Zahl ergibt 32 oder die Umkehraufgabe 32 geteilt durch 8. 32 geteilt durch 8 ist 4. Mein Erweiterungsfaktor ist also 4. Muss also Zähler und Nenner mal 4 rechnen. 5 mal 4 ergibt 20. Und Beispiel d. Kürze vollständig. 24 Dreißigstel. Beide sind gerade Zahlen. Daher kann ich mit 2 kürzen. 24 geteilt durch 2 ist 12. 30 geteilt durch 2 ist 15. Jetzt kann ich beide Zahlen noch durch 3 kürzen. 12 geteilt durch 3 ist 4. 15 geteilt durch 3 ist 5. 4 Fünftel kann ich nicht weiter kürzen. Oder schneller. Wenn ich erkenne, dass in die 24 und die 30 die Zahl 6 passt, kann ich gleich mit 6 kürzen. 24 geteilt durch 6 ist 4. 30 geteilt durch 6 ist 5. Obacht. Suche beim Kürzen mit Hilfe der Teilbarkeitsregel nach dem größten gemeinsamen Teiler, um schneller vollständig zu kürzen. Gefällt euch mein Kanal? Würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlen würdet. Bis bald! 10. 10. 10. 11. 12. 25. 15. 20. 16. 20. Untertitelung des ZDF, 2020